Servus und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Guide bzw. zu der Vorstellung des Builds, das ich gespielt habe, wo wir ganz leicht den Drachen besiegt haben und auch den Endgegner auch leicht besiegt haben. Die Kämpfe zeige ich hier jetzt nicht, die kommen auch auf ein extra Video, aber nur, dass wir da in ein, zwei Minuten durch sind. Wie ihr schon sehen könnt, habe ich eine fette Rüstung, da könnt ihr irgendeinen nehmen, Hauptsache viel Defense und also defensive Stats natürlich recht hoch. Das Fingerprint Field, das habe ich umgemodelt auf, ihr seht es eh hier, auf, dass es Sacred ist, also Holy, 93 Grad wichtig gegen den Endboss, der macht dann einfach keinen Schaden, das ist einfach super. Das Build ist eigentlich mein Paladin oder das Paladin Blasphemious Blade Build, das eh quasi mittlerweile eh jeder kennt. Ähm, deswegen habe ich auch die Stats. Man sieht es halt jetzt ein bisschen schlecht. Vigor 60, mein 30 Endurance würde ich auf jeden Fall über 60 empfehlen, damit wir das alles noch tragen können, was wir da tragen. Ähm, Stärke 48, warum? Weil das Schild braucht mindestens Stärke 48. Exterior 24, warum? Das ist einfach zum Leveln mit dem wunderbaren Endboss Wert aus, ähm, dem Grundspiel. Ähm, der Intelligenz erkennen lassen wir alles unten. Faith haben wir 59, weil das Build eigentlich ein Faith Build ist, das ich auch so belassen habe. Gut, man muss mindestens Level 200, 220 sollte man schon sein, dass man das Bild auch richtig schön spielen kann. Ähm, wir haben einerseits das Giant's Seal 25, das ist jetzt hier gar nicht so wichtig, weil es geht im Endeffekt in dem Build nur um das Fingerprint Stone Shield, das man auf Maximal holt, das dann blutende Anspur Rapier 25, das Blasphemious Blade auf plus 10. Zwischen den beiden kann man ihn und er wechseln, das ist wunderbar. Beide kann man tragen, das geht sich aus. Warum haben wir Heavy Load? Heavy Load haben wir wegen dem, wegen der Diskusschale da, das erhöht unsere Defense immens. Wir haben nämlich, man sieht es jetzt hier, eine Defense ohne irgendwelche Buffs, 68 und 70, das ist ein Wahnsinn. Mit dem Schild, da kommt überhaupt nur ganz wenig physischer Schaden durch, es kommt kaum Holy-Schaden durch, gegen Magic sind wir quasi auch fast immun, Feuer sind wir ein bisschen anfällig und Lightning auch, aber was durchkommt, wird dann auch noch von uns selbst zum großen Teil abgefangen. Das heißt, ihr könnt beim Endboss stehen, das Schild in die Höhe halten, dann den Rapier reinrammen und seid's in ein paar Minuten durch. Mit Mimik noch einfacher, ohne Mimik dauert es länger. Bei anderen Bossen könnt ihr einfach wechseln auf das Blasphemious Blade, damit holt sie euch eure HP zurück, damit macht sie massig Schaden, es ist herrlich. Wie gesagt, eine starke Rüstung solltet ihr nehmen, sonst ist es wurscht, was habe ich da für Physik. Einfach die Damage Negation sozusagen verringern und einfach nur die Hälfte der HP wieder herstellen. Wunderbar, könnt ihr reingeben, was wollt ihr sonst. Wichtig sind die Talismänner, Talismane. Da habe ich einmal den Boost Guarding Ability, den Great Shield Talisman. Einfach, wir stehen da, wir verlieren kaum irgendwie Stamina, es ist herrlich. Die Schildkröte, kurz das Schild auslassen, zack, fast wieder voll, herrlich. Two-Headed-Turtle Talisman, sehr zu empfehlen für das Build. Dann hier könnt ihr den wechseln, was ihr wollt. Wenn ihr jetzt eben gegen irgendwelche Fire-Lightning-Holy-Sachen oder so weiter, dann könnt ihr das reinhauen, das Pearl-Track-Talisman oder einen eurer Wahl-Anti-Feuer etc., der ist wurscht. Interessant ist eben dieser Diskus-Talisman, der euch extrem pusht. So, da ihr diese Sachen jetzt alle gesehen habt, das ist der Build, wo ihr diese ganzen Talismane etc. herkriegt, könnt ihr euch ja selbst ergoogeln. Da werde ich jetzt kein extra Video drüber machen, beziehungsweise es gibt tausende Videos darüber. So schaue ich dabei aus, herrlichst. Das heißt, wir haben hier, wenn wir gegen den Boss kämpfen, Schild ist vorne, wegen keinen Schaden, bis ganz wenig nur und können jedes Mal zustechen. Und warum machen wir das? Weil die meisten Blosse gegen Rot, Scarlet, Rot und Bleed anfällig sind und das macht dieser Rapier. Er fügt Scarlet Rot zu und Blutverlust. Und die Bosse schmelzen dahin. Und für alle anderen Bosse oder für alle normalen Gegner, Blasphemous Sword, beste Variante. Zack, einfach das spammen. Du wirst fast immer volle HP und der Gegner ist recht schnell tot. Und normale Gegner, also Trashmobs, One-Hit, maximal Two-Hit, selbst wenn man es so zuschlägt. Ja, viel Spaß damit. Oder auch nicht. Jeder, wie er will, soll er spielen, wie er mag. Ich hab's gern so, wie's ist. In dem Sinne, lasst's Abo da, ein Like, wenn's euch gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. In diesem Sinn, viel Spaß.